Liebe Freunde, willkommen zu dieser Episode Daisy, 19 Uhr, in der wir einen wichtigen Entschluss fassen. Die ein oder andere Auseinandersetzung haben müssen, ordentlich Asozialität begegnen, aber doch auch dem ein oder anderen Hoffnungsschimmer in Form eines zumindest nicht feindlichen Spielers. Und für jeden von denen würde ich sagen, lasst ihr mindestens ein Like da, aber jetzt direkt ins Video. Ja, ich renne erst mal weg. Allein habe ich Schiss. Ups, ich habe meine Maus geboxt. Allein habe ich Schiss. Quatschst du nicht? Doch, aber allein will ich nicht. Ach so, ja, Paulin, hierher. Das ist ein Zombie übrigens, ne? Kein Spieler. Das ist ein Zombie, da haben wir hier gesprochen, aber... Jo! Nein, da ist echt einer. Lava mag nicht rum hier. Was? Wo denn? Wo denn? Ja, da am Fördnerhäuschen irgendwo war. Lava, dort ist doch niemand! Ey, du rufst mich her so, yo, Digga, hier, da ist einer. Ja, und was ist? Nichts. Da, Korin, er kommt auf uns zu geraten. Nichts. Sag ich doch, da ist einer. Was, nichts von da vorne. Da ist doch einer, siehst du es nicht, oder was? Ja, gerade habe ich doch im Check geschrieben, Daniel. Achtung hier, Zombie, oder was? Das war ziemlich knapp, muss ich sagen. Moin, na, ist klar, oder was? Moin, was geht bei dir? Ja, du, oh. Erstmal Badulai natürlich am Start. Ne, eigentlich sind wir ganz okay ausgerüstet. Außer vielleicht ein bisschen Deckung hier unten. So, das ist Badulai, oder was? Ja, ja. Badulai natürlich hier am Start. Schöne Grüße an der Stelle. Richtiger Blitzmerker. Wo rennst du denn hin? Achso, Zombie. Richtiger Blitzmerker, bist du mich jetzt hier noch? Bist du kleiner, komm, kleiner Diss muss sein, oder? Okay, okay, okay. Und ist irgendwas? Wie du einfach zustimmst so. Klar. Ja, was, was machst du denn hier? Ja, ich habe gehofft, euch zu treffen. Ja, da bist du Pavlo natürlich an der richtigen Adresse. Ja, 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 ja. Wir sind immer hier. Wo willst du denn als nächstes hin? Worauf hast du Bock? Kämpfen und dann in Norden zuhören. Oh. Aber weiß ich nicht, wir können gerne ein bisschen warten eigentlich, ne? Oder? Was meinst du? Mir ist das egal, ich bin für alles offen. Wie der guckt, Alter. Ja, ne? Richtig ekelhaft. Was guckst du denn? Was? Was ist? Oh, ich wollte nur einmal, ich wollte nur einmal. Digga, chill. Ich wollte nur einmal und einmal ist ja wohl erlaubt, oder? Guck mal, wie oft du jetzt schon probiert hast. Ja, ich habe viertel Leben nur noch. Wahrscheinlich viertel Leben. Ich sehe das doch genau da links oben bei mir. Ist alles safe. Hä? Ich war drauf. Hm. Habe ich gesehen. Du bist echt das Allerletzte heute, Mann. Ich habe ich gesehen. Ich gehe am Laufskranken. Oh, schau, ob da jemand drin ist. Jo, viel Spaß. What? Ey, nicht mit Bohrmaschine. Komm. Friendly? Okay, friendly. Okay, Mann. Nice. Nice. Mein, du bist so aggressiv geworden, ne? Wahrscheinlich. Du warst doch früher nie. Was ist los mit dir? Hä? Ich töte halt gerne Bambis und alles Mögliche. So bin ich halt. Kleiner Kasse. Was ist? Hier ist schon direkt einer. Was ist das denn für ein Bastard? Rückzug, Rückzug. Wie Rückzug. Der Push, der Push. Was ist los? Lebst du noch? Ja, ich lebe noch hart. Ja. Du lebst noch hart, meinst du? Wo kam der denn jetzt? Ich wollte einfach nur nochmal rübergehen. Der war auf einmal im Wald. Oh, ich blute wie ein Schwein, ey. Geht's dir gut? Ich glaube ja. Habe ich ihn erwischt? Ich muss mich kurz verbinden, Bro. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er ist dead, er ist dead, er ist dead. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Oh, lege Ende, Mann. Scheiße, jetzt an mir kommt. Okay, ich snag einfach seinen Rucksack. Oh, Badenleifern. Ach, fuck. Was ist? Hilfe, 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 bitte. Komm mal schnell. Ich kann nichts machen hier. What? Ich fall durch die Map. Oh Gott, das Game, Alter. Du bist durch die Map gefallen? Ich fahre jetzt gerade nach unten. Ich bin unter der Map. Ja, ich bin im Wasser. What? Ach, du Scheiße. Rip, Alter. Das ist einfach nur Rip. Wie durchs Wasser, Mann? Ich bin unter der Map im Wasser. Ja, willkommen hier zu Daisy's Standalone. Natürlich, da oben sehe ich dich gerade mit Zombies kämpfen. Liege ich bei dir noch da oben? Nee, die Zombies kämpfen auch auf dem Fußboden, weil ich weiß nicht, was los ist. Ja, weil ich ja am Fußboden bin. Nee, du bist nicht. Achso. Also, falls man das als Fußboden hier... Also, ich... Ich relock mal eben. Schießt du? Nein, Badenleifern. Okay. Pass auf, noch ein Zombie? Alter, ich kann alles sehen hier, ne? Das ist das übelste Wall-Lag hier unten. Alter, das ist los mit dem Game, Mann. Falls jetzt jemand kommt, ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ganz normal natürlich hier in der Daisy's Standalone Server-Crash. Und nach dem Restart war ich dann wieder oben an der Oberfläche. Kleines Update, meinst du? Ja. Ja, nach dem Server-Restart, der ist wohl gecrashed, bin ich jetzt hier wieder zurück an der Erdoberfläche in Cernarus. Und du bist auch schon hier, ne? Ja, und die ganzen Zombie-Leichen sind weg. Und natürlich auch unsere Beute. Wo es natürlich Loot gibt, da bist du natürlich nicht weit. Warum ist denn jetzt unsere Beute weg? Alles weg. Das ist echt lächerlich wieder. Ich war gerade am Looten ein bisschen. Also ich sag mal so, ich hab seinen Rucksack genommen, hier, da siehst du ihn. Und, ähm, ja, der hatte in erster Linie SKS-Muni und Essen dabei. Aber auch hier die 74. Und da würde ich sagen, gar keine so schlechte Beute, oder? Boah, nice, Glückwunsch. Nice. Ich muss immer noch mit 8 Schuss hier rumrennen. Und wir warten mal kurz auf Badulai. Ja, klar. Perfekt. Mit Badulai sind wir dann erstmal in Richtung Trailer gelaufen. Und ja, da hatte Luzi seine 5 Minuten. Was lachst du so schäbig? Mal ganz ehrlich, was lachst du so schäbig? Glaubst du, dein Face berechtigt dich dazu, mich dumm auszulachen, oder was? Ja, guckst. Du glaubst gar nicht, wie hart ich jetzt rechte Maustaste drücke, ne? Und linke Maustaste. Die Energie sammelt sich in mir, ne? Ja. Wenn wir hier raus sind aus der Safe, so nicht sagst du. Wer definiert das? Dann ist es vorbei. Oh Gott, halt die Fresse, Alter. Ja, jetzt finden sie den noch schuldig. Als wir dann aus der Safe-Stoon wieder raus sind, hat Luzi erstmal eine gefangen. Bist du noch rausgetappt? Ne, warum? Achso. Gelästert wieder. Ey, du bist das aller-lässt- Alter, du bist das aller-lässt- Was bin ich das aller-lässe? Bin ich das aller-lässe? Achso. Das aller-aller-lässe, Digga. Nice. Und wir sind zu dritt weiter in Richtung Vibor, wo wir dann die nächste, ja, bisschen brenzlige Begegnung hatten. Wow! Really? Auf dich? Hä? Badurai-lässe, ja. Warum? Keine Ahnung. Aus verschiedenen Gründen. Was schießt ihr denn, Jungs? Ganz normal, auf Zombies. Aus verschiedenen Gründen. Und dann noch einen anderen Grund zu schießen. Keine Ahnung. Äh, wait. Ist er dead? Badurai ist dead. Elf Kilometer entfernt? Ja, er ist dead. Ich gehe in Elberake kurz. Ja, warte, ich komme mit rein. Das ist mir nicht geheuer hier. Shit. Lol, gar nicht gecheckt. Ich auch nicht. Ich dachte, der macht ihm ein bisschen Spaß. Du hast nur gesagt, so, oh, der schießt oder so. Und ich dachte, ja, du bist safe, Badurai. Aber da haben wir uns wohl leicht geirrt hier in Vibor Military. Ja, komm rein, Mann. Ja, kurz Zombie abhängen. Mach kurz Fenster weg. Und der ist wahrscheinlich gestartet in Svetloyazk bei der, ja, Base seiner Leute. Und Elf Kilometer ist natürlich ein hartes Stück, ne? Jo, wer da? Nice. Ja, ich sehe nichts, man hat Sonne weggemacht jetzt. Dann ist er... Was ist er denn? Gerichtgecheck ist gerade nicht, ne? Hast du ihn getötet oder was? Hä, Quatsch. Aber er hat sich nicht selbst getötet, oder? Ne, warum sollte er? Ist doch alles ein Verarsch hier schon wieder. No Damage, oder was? Ja. Okay. Ja, schwierige Situation. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben aus dem Prison kam. Ja, safe kommt das wieder aus dem Prison, oder? Wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, warum wir dann noch leben, ne? Sollen wir einfach mal rein. Einste? Okay. Unten safe. Warte, bist du fertig, bist du unten? Okay, safe. Fuck. Oh, das ist Menschenfleisch, Achtung. Really? Ja. Okay, der Flur ist auf jeden Fall safe, erstmal. Ja, da hinten, ne? Okay, okay, safe, 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 würde ich sagen. Okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, von wo das kam. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Alter, der liegt da, ne? Oh, das ist eine Zombie-Leiche. Warte, ich aim mal hin. Das ist Badu-Lei da hinten, ne? What the fuck? Ach, du Scheiße. Geh doch mal runter und gucken. Was? Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, Alter. Links neben dem... Ah, links neben dem Wachtturm, ne? Ja. Wenn du jetzt bei mir guckst, da ist er im Busch, da kriecht er rum. Ich glaube, er aimt rein, pass auf. Links am Busch? Ah, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Er bewegt sich jetzt wieder, er krabbelt. Er krabbelt runter den Berg, hinterm Wachtturm ungefähr, so die Richtung. Ich muss mal ganz kurz bei dir gucken. Man sieht es hier ganz, ganz klein, direkt ganz, genau links neben dem Wachtturm, genau links. Ah, ja, ich sehe ihn, okay, sollen wir schießen? Weiß nicht, hast du einen Scope? Ja. Okay, warte, ich will aber gute Sicht haben, ne? Ich war ready. Jetzt sehe ich ihn nämlich nicht mehr. Nee, ich jetzt auch nicht. Das Ding an dieser Situation war, dass der Typ sich dann erstmal lange, lange Zeit nicht gezeigt hat, aber wir auch nicht. Ich bin da, wer wird? Äh, im Busch, wieder rechts, bei Bardo das Leiche oben, der erste gelbliche Busch, der haupt der gerade drin. Bardo das Leiche. Er geht zur Leiche. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Lass ihn mal looten vielleicht, oder? Hab ich. Ist er dead, ist er dead? Ist er dead, ist er dead. Okay, nice. Sehr schön. Hat sich das Warten also doch noch gelohnt? Da war er wohl ein bisschen übersch... Also, ne? Da war er wahrscheinlich... Bisschen zu gierig, würde ich sagen. Er hat wahrscheinlich gedacht, oh, das ist ein Schiss am Airfield, lass mal looten schnell. Typischer Fehler in V1 natürlich, oder auch anderen Orts. Zu viel gewollt. Zu viel gewollt, jetzt, ja. Zu viel gewollt. Gut hier. Er sieht jetzt nicht so aus, als hätte er es wirklich gebraucht. Grüße gehen natürlich raus hier an Badulai an der Stelle. Ja, schade, wie du da liegst, aber war schön mit dir. Ja. Wäre aber nicht emotional. Ne, und der Typ, weiß ich nicht, der liegt jetzt halt daneben, ne? Ja. So erntet das halt in der Daisy Standalone, wenn man nicht friendly ist. Ja, im Tod halt, ne? So ist es. Man erntet was man sät hier natürlich. So ist das natürlich auch hier. Im Survival-Game. Achso. In Daisy 19 Uhr, Leute. Ja. So. Letzte Aktion. Letzte Aktion, okay. Ja, warte, 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 warte. Was für Warte? Ich kann eigentlich nichts mehr mitnehmen, ne? Achso. Wahrscheinlich zu viel gewollt. Ja, uns ist es ein bisschen langweilig hier und deshalb gehen wir jetzt mal looten, oder? Deshalb machen wir denselben Fehler wie der Kollege gerade eben. Ja, genau. Und looten mal die Leichen. Aber im Gegensatz zu ihm sind wir uns unserer Laster natürlich hier bewusst. Und sind auch smart unterwegs. Achso. Und sind auch sehr, sehr smart unterwegs natürlich hier. So wie Fahrzeuge. Bald in der Zukunft natürlich. Ich weiß nicht. In der Schweiz wahrscheinlich auch noch nicht ganz. In Deutschland sicherlich erst 2050. Ganz normal. In der Bundesrepublik Deutschland. Achso. Oh, leider, boah. Oh Gott, ich nehme die dümmste Waffe mit. Die HK, oder was? Also ganz ehrlich, ich klicke ja eigentlich nur der in mich rum. Der hat irgendwie nichts, was ich haben will. Hier ist Bardo Leister. Was hat er noch so? Das ein oder andere AK-Meg natürlich. Und er hat eine 1 zu 1 in der Hand. Also ganz ehrlich? Ja. Ganz ehrlich? Ja. Es reizt mich. Ja, ich weiß mich auch. Es reizt mich, aber ich hau ab. Okay, ich habe jetzt noch eine Musi, die ich nicht brauche. Ich habe ein bisschen Munitis, die ich nicht brauche. Und ich habe ein Gelitarnetz, das ich eigentlich auch nicht brauche. Also für mich kann man eigentlich sagen, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Für mich auch, ich bin gerade hart am Looten noch. Kennst du ja meine Gear, ne? Ja, ich kenne deine Gear. Ich kenne auch meine Gear. Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, wenn du jetzt nicht gleich verschwindest. Bin ich dead, ja, das ist recht. Kann es sein, dass da auch noch die eine oder andere Kugel dazukommt. Ja, ich renne schon wieder in die Base, das tut mir leid, ich war im Loot-Fieber. Ja, hat sich doch noch gelohnt hier. Na klar. Aber eigentlich nicht, wir haben alles. Ja, ich weiß. Man kann uns eigentlich nicht glücklicher machen. Aber trotzdem will man looten, verstehst du? Natürlich verstehst du das, du warst ja mit da. Ja. Das wäre auch dein Vorschlag. Ich habe auch die Hose mitgenommen, damit ich da mal reingucken kann. Oh Gott, bist du... Was denn? Du bist das Allerletzte. Nein, ich kann einfach... Mit einem toten Mann auch noch die Hose ausziehen. Ja, das ist... Nicht nur auf dem Boden, was ist alles drin? Eigentlich nur Scheiße, merke ich gerade. Ja, da ist wirklich nur Scheiße drin. Gut, SKS-Muni, aber ich habe auch genug. Ich habe auch mittlerweile. Hier, für die MP5 oder HK, das ist das Schlechteste, was du mitnehmen kannst. Ja. Und dafür hast du jetzt unser Leben geopfert. Dafür habe ich jetzt mein Leben geopfert, oder beziehungsweise unser Leben geopfert, ja. Richtig. Du bist Allerletzte, ne? Habe ich dir das schon mal gesagt? Wer definiert das? Ich. An der Stelle haben wir dann erstmal einen Cut gemacht und haben an einem anderen Abend weitergespielt und sind Richtung Vibor gelaufen, weil wir im Chat gelesen haben, dass da irgendwelche Leute Beef haben. Und ja, da müssen wir natürlich mal nach dem Rechten schauen. Hört es hier... Ja, vielleicht auch in der Tanne im Busch. Aber wahrscheinlich im Prison wieder. Beziehungs safe. Ja, das ist es halt immer. Oh, ist das gut mit Summer Channeros, ne? Ja, Summer Channeros ist echt gut gemacht. Guck mal, wie viele Büsch hier sind und so. Also größte. Sie sind jetzt, glaube ich, ein bisschen größer und buschiger halt. Ist auch viel realistischer so. Ja. Ist ein bisschen ruhig. Dieser scheiß Herbst, Alter, den gibt es gar nicht in China. Achso. Das stimmt. Risky. Wahrscheinlich ein Fehler, ja. Risky. Risky, Dad, das war's hier. Nein, alles safe. Was haben wir hier, Stickes? Nice, Hut, perfekt. Das machen wir. Ich weiß es nicht. Erstmal ist mir ein bisschen rantasten, würde ich sagen, langsam. Ah ja, hier ist... Oh. Oh. Oh, ein Rucksack. Lass mal schnell durch. Oh mein Gott, nimm. Oh mein Gott, nimm. Die haben nix. Geh mal durch. Ich bin doch schon durch. Ja, wahrscheinlich bin ich auch schon durch. Okay, ich bin ready. Du bist ready, dann lass mal weiter die Base erkunden, oder? Jo. Jetzt hab ich den Rucksack dabei, der bringt mir genau null. Bin da, bin da. Ja, ich auch, ich auch. Da ist Rauch, da ist Rauch. Wo denn, wo denn, wo denn? Bei der großen Bracke. Oh shit, das ist schon wieder gelber Rauch, ne? Die haben vorhin schon mal gesehen. Wollen wir es hier rein, oder was? Ja, ich würde sagen, ja. Okay, safe. Ist safe, ist safe, ist safe. Okay, okay, okay. Hier viel Money für die ACP. Auf dich, auf uns? Nee, auf dich, auf mich. Wo war das, Mann? Ich glaube, das kam schon aus Richtung Rauch, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Ich bin doch gar nicht warm, irgendwie. Nee, ich auch nicht. Die beste Startbedingung hier natürlich ist er, ne. Da, ein Buchstoff. Da ist er. Sollen wir direkt schießen? Ja, wollen wir. Habe ich ihn? Ich weiß es nicht. Von links. Der lebt noch. Achtung, der läuft jetzt da in deine Richtung. Der könnte jetzt gleich irgendwo vorkommen. Der geht nicht da und der geht nicht. down. Einer ist dead. Der muss liegen. Der muss jetzt liegen, da vorne. Einer ist dead. Ich check gar nichts mehr. Ich auch nicht. Lass mal einen kurzen Moment hier warten. Ich gehe hier rein. Wo rein? Okay. Elbaracke. Komm rein, zu mir, zu mir. Ist er? Da ist immer noch einer. Achtung. Der will auf mich schießen, Zombie. Zombie dead. Nee, oh what? Oh shit. Zombie dead. Der will auf mich schießen, Digga. Der kommt. Hab ihn? Nice. Ja, ja, der ist runtergegangen. Pass auf, pass auf. Wir könnten noch mehr sein, ne? Komm mal rein, erstmal, okay? Ja, würde ich auch sagen. Wir beobachten das erstmal. Erstmal chillen, erstmal chillen, Alter. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Oh, nice. Einer im Chat schrieb gerade schon. Irgendwie, yes. Haben wir jetzt echt alle zerberstet? Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich meistens der dritte, ne? Dann freut sich natürlich der dritte in Form von uns beiden. M4 liegt hier natürlich mit 20 Schuss. Was war hier? Oh, das ganze Blut hier, ne? Ja, ja, alles safe, glaube ich. Ich hab dem hier in der Ecke so viel gegeben. Gut, welchen Blut war denn das erstes, Mann? Hatten wir erstmal gar keinen. Echt nicht? Erstmal checken wir, ob hier alles safe ist. Yo, hello? Anyone here? Ich glaube, das waren die einzigen beiden, Mann. Ist noch ein Zombie? Okay, die Mosin wäre am Start. Und, ähm, ja. Von der Steps, nee. Doch. Nee, oder? Einfach One-Shot, ja. Von wo? Weiß ich nicht, ich kann's dir nicht sagen. Ich pushe erst mal zur Elberacke, zu dir. Oh, nee, 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 nee. Der ist direkt an der Ecke da hinten. Rechts oder links? Wenn du rausgehst, rechts. Equipped oder Bambi? Ja, er hat einen Gili an. Ist schwer zu sagen. Der hat auf jeden Fall irgendeine Waffe in der Hand. Und zwar mit beiden Händen. Gehst du da erst in die dicke Baracke? Nee, der hat da auch einen Blick drauf. Und er guckt immer mal wieder hier rüber. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Oder aber einfach nur Schiss hat. Und präventiv mal guckt. Kann auch sein. Er hat einen Gili auf jeden Fall. Vielleicht ist das der, den ich anhatte. Okay. Wenn ich da reingehe in die Baracke, dann sieht er mich safe. Also, der sitzt das aus. Der wartet einfach. Scheiße, ey. Ja. Wenn du hinten rum gehst, kannst du doch in die dicke rein, links von mir. Der sieht er doch nicht. Der wird mich sehen. Der guckt hier dauernd her, immer wieder. Dann kann ich pushen. Von hinten, oder nicht? Meinst du? Der wird dich nicht holen, Alter. Okay, pass auf. Ich versuche ihn abzulenken hier. Was, willst du ihn ablenken? Naja, dann kannst du pushen, weißt du? Nee, nee. Ich liebe deinen Loot holen. Ich kann den Loot nicht holen. Safecore kannst du den holen? Nein, das geht nicht. Der ist sofort da. Das mache ich nicht. Der guckt immer mal wieder nach hinten. Fuck. Und du hast versucht, mit ihm zu sprechen? Ja, er sagt, er ist friendly, aber ich glaube ihm nicht. Kann sein, ja. Er ist jetzt in einer langen Baracke. Okay. Wenn du rausgehst aus deiner L-Baracke und dann ist die lange Baracke direkt vor dir, da ist er jetzt gerade drin. Ja, okay. Die große Baracke ist zu. Kann ich sehen, ja. Oh, ist echt voll equipped, mein Alter. Wo ist er jetzt? In der zweiten langen Baracke. Links, oder was? Pass auf, ich gehe ganz schnell rein hier und versuche meine Sachen zu holen. Du musst ihn pushen, wenn er... Ja, pass auf. Scheiße. Nein! Nice, bro. Ja, bin tot. Ganz so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Luzi hat dann auch seine gerechte Strafe bekommen und ist auch danach gestorben. Nachdem wir dann an der Küste wieder gestartet sind, sind wir erstmal in Richtung Pavlovo, um zu schauen, was da so los ist. Ja, nee. Hm. Oh, das ist jetzt mal, Leute. Oh, shit, okay. Aber wohl nichts passiert. Nein, das ist auch fast. Yo, hey. Was geht denn bei euch? Ja, suchen Munition. Ach so. Okay, also die beiden sind offenbar friendly, vielleicht aber auch nur, weil sie eben noch Munition suchen. Sexy, oder? Ja. Das sind die Bami-Brüder. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich Bami-Brüder. Vor allem diese absolute... Vor allem diese absolute sexy Tasche dazu. Die ist eine absolute Männer-Smarttasse, ja? Das ist mein... Das ist mein Täschchen, ja? Oh mein Gott. Das ist ein Männer-Täschchen. Das ist mein Männer-Täschchen. Ja gut, aber immer friendly Begegnungen hier, ne? Ja, aber auch. Selbstverständlich, gerade auf dem Bohrmaschinen-Server. Mittlerweile nicht mehr. Nach dem Wipe doch viele... Also ganz viel Aggression, kann man sagen. Ja. Ich check mir eben die andere Baracke aus. Ja, da gab es dann auch nichts mehr. Die beiden gingen ihrer Wege, wir unserer. Und ja, die führten uns nach Sedeno. Da hatten wir zwei nicht ganz so coole Begegnungen. In der Zusammenfassung hier. Die waren erstmal friendly zu uns. Und ja, schien alles ganz schick. Und dann haben die auf einmal auf uns geschossen. Shit. Wer schießt von... Ach, fuck. Vom Offiziersbaracker. What the fuck? Wer war das, der der friendly gerufen hat? Ja, die zwei waren das, die uns gekillt haben gerade. Really? Ja. Das sah aus, als käme das vom Offiziers... Oh Gott. Der Server ist so lost geworden. Ach, du Scheiße. Du hast dich drin, Alter. Ja, müssen wir drin lassen. Der hat mich safe gesehen, ey. Der guckt aber jetzt irgendwo anders hin. Ich glaube, der lässt mich in Ruhe. Aber mich würde nichts wundern. Ich sehe gerade nicht, ob er aimt. Er hat gerade irgendeinen Bambi da. Ich weiß nicht, was die miteinander am Laufen haben. Ja, ich bin noch ein bisschen gleich da, ne? Oder warte mal. Sollen wir mal zu dem vielleicht? Ich glaube, die sehen irgendwie friendly aus. Und der hat jetzt auch noch nicht geschossen. Das Bambi verbindet sich noch. Ich gebe mal die Hand. Juckt ihn nicht. Okay, der rennt einfach weg. Der rennt Richtung Seleno wahrscheinlich. Ja, ich gehe mal runter. Mal gucken. Vielleicht hat der auch eine Waffe für uns. Was ist? Er richtet ihn einfach hin. Oh mein Gott, ich sehe es. Alter, ist das räudig. Er hat nur eine Scheißwaffe, oder? Ah, schwierig, schwierig. Der sieht uns ja kommen. Der sieht uns ja kommen. Sind wir die nächsten? Oh mein, er rennt weg, er rennt weg. Er rennt auch noch weg. Alter, er hat gerade einfach einen Bambi ermordet. Ja. Und dann auch fünf Schuss gebraucht. Vorher hat er das Bambi noch irgendwie sich verbinden lassen. Und jetzt haut er ab. Er ist schon eine Ehrenaktion, wenn wir den kriegen, oder? Er kommt zurück. Er kommt echt? Ah, die haben da eine Base. Die haben da eine Base. Oh Gott, Basecamper. Okay, nee. Dann lass es. Die haben da eine Base. Ja, ich sehe schon. Vielleicht aimt er schon auf uns. Ja, lass mal in die Safe-Zune Waffe holen und unseren alten Plan weiterverfolgen. Ja. So leid es mir jetzt tut für das Bambi da vorne, das ist echt mega reulich gewesen. Alter, alter, alter. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns echt anpassen hier auf dem Server. Liebe Leute. Das kann ich nichts zu sagen gerade. Kleiner, kleiner, gerade Leute. Ich kann nicht mehr. Daraufhin hatten wir dann unsere zweite nicht so geile Begegnung in Seleno. Hier im Hintergrund seht ihr nochmal, wir labern da so ein bisschen mit denen und looten auch noch ein bisschen. Gehen dann da wieder hin und so. Stehen da beieinander. Und ja, die haben sich wohl irgendwie im TeamSpeak oder Discord abgesprochen. Und ja, wir konnten gar nicht schnell genug auf die Aufnahmetaste drücken. Er fängt einfach an zu weisen. What the fuck? Ich bin ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht, äh. Ich weiß, ich weiß gerade nicht was. Bist du gerade sprachlos oder was für eine Aktion? Trump's War? Ach so. Kein Unterschied aktuell, ne? Nee, kein Unterschied aktuell. Ja, Trump's War in der größten Asi-Server. Muss man vielleicht dazu sagen, für den einen oder anderen, der die Folgen damals nicht gesehen hat. Aber ganz ehrlich, friendly, friendly, kommt dran, so nah wie möglich, damit er auch ja trifft und schießt uns dann ab. Ja, ne? Ja. Nichts. Nichts. Ja, wo geht's hin? Ah, reu dich, ich hab keine Ahnung. Ja, lass mal. Abfahrt. Abfahrt. Was ist hier denn los? Hallo? Brauchst du Hilfe? Können wir dir helfen? Achtung, Mann. Bleib, bleib doch nicht stehen. Danke, Mann. Ja, kein Problem. Luzi, oder? Hä? Luzi. Christian, moin. Servus. Das geht bei dir. Ach so, ja, moin. Das ist mal an der Lebe. Danke, Mann. Ja, normal. Ganz normal hier in Pavlovo. Normal, wir sind für dich da. Echt, oder? Ja, danke. Können wir dir sonst irgendwie helfen? Pass auf, von hinten kommt auch noch einer. Personenschutz, Mann. Ja. Na, nein, passt schon, danke. Ja, das sah gerade auch ein bisschen anders aus. Luzi, 19 Uhr, oder? Na klar. Möchtest du jemanden grüßen? Na, na klar. Das beste Format, oder? Ähm, hm, Hasmat-Clan, den möchte ich grüßen. Gehörst du auch dazu? Ja, ja, aber erst der kurzen. Ah. Und das ist ein korrekter Typ mir, weil die ein oder anderen Clans hier auf dem Server, ja, ich will nicht sagen, aber... Ja, die sind gewöhnungsbedürftig. Da hast du recht. Ja, aber ihr seid die Guten, ja? Ja, sozusagen, ja. Je nach Sichtweise. Ja, sozusagen ist, glaube ich, schon besser als das meiste andere hier, oder? Sozusagen ist besser als wie definitiv, oder? Ja. Wer definiert das? Wer definiert das, ja. Boah, das ist schon gerecht. Wer definiert das, hm? Ja, wer definiert das? Weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, ja. Du hast die Base jetzt schon gelootet? Nein, habe ich nicht. Nein, ich bin erst gerade auf den Server gekommen. Ach so. Und möchtest du jetzt weiterziehen? Ja, ich glaube schon, ja. Alles klar. Und ihr bleibt in Paplovo, oder? Ja, wir gucken uns hier erst mal um, looten ein bisschen, gucken, was wir kriegen können, denn wie du siehst, können wir es gebrauchen. Und, äh... Ja, ja, klar, natürlich. Guck nicht so. Sorry. Jetzt erst mal was ins Face. Ja gut, passt, ey. Ja gut, dann würde ich sagen, halten wir die Ohren steif. Meinungsverschiedenheiten. Ja, kein Problem. Danke. Und wir sehen uns bestimmt nochmal, ne? Ja, ja, schick auf jeden Fall. Auf deutsche Bohrmaschine, auf jeden Fall. Was? Schickes T-Shirt, mein Guter. Ja, gell. Warte, warte, warte. Voll sweet. Jetzt sieht man es besser, Mann. Bambi on Tour. Oh, nice. Wow. Krass. Nice. Ja, du hast ja das Gleiche, oder, Daniel? Ah, Luzi. Ja, ich... Oh, Junge. Ich wollte es nicht so in den Vordergrund rücken, aber... Ist schon ein tolles T-Shirt, auch mit tollen Motiven. Ja, voll. Da sehe ich dich, ne? In jedem Fall. Ja, schönen Abend noch. Jo, ebenso. Dir auch, ne? Mach's gut, ciao. Ja, tschüss. Ja, Grüße gehen natürlich raus hier an. Grüße gehen raus. Christian, sehr, sehr netter Zeitgenosse. Und dem Clan natürlich, dem er beigetreten ist. Möchtest du nochmal kurz sagen, wie der Clan heißt? Hützen. Richtig, nice. Was auch nice ist, dass wir dann in Pavlovostad nochmal eine, oder sagen wir mal zwei, drei Begegnungen hatten. Dieses Schwarzhaus mit weißem Dach. Dahinter irgendwo. Okay. Vielleicht auch schon drin. Das ist eigentlich... Kommt zur Straße, oder? Im Roten Haus, bei Roten Haus. Er geht ins Rote Haus rein. Sollen wir ihn direkt holen? Ja. Reden, oder was? Nee. Echt nicht? Weiß ich nicht. Ja, auch nicht. Er geht raus, auf Hauptstraße. Nee. Bushaltestelle rübergeklettert. Ins nächste Haus. Der lootet ganz normal anscheinend. Okay. Im weißen, ähm, gelben Haus jetzt? Vormer jetzt, ja. Genau da drin, ja. Tja, was machen wir jetzt mit dem? Warten, bis er trinkt? Das wäre mega assi, oder? Nee, das ist ganz so assi. Aber wenn er trinkt, dann können wir ihn stellen wenigstens, weißt du? So Hände hoch, weißt du so. Ach so. Sollen wir das mal probieren? Meinst du? Ja. Das ist in Mode? Ja, das ist ziemlich in Mode. Player anschießen die... Achtung. Oh, Kehlchen, ne? Achtung, pass auf, nicht, dass er uns jetzt entdeckt hat. Sieht er irgendjemand? Ich glaube, er sieht dich. Ich glaube, er wartet auf dich da, dass du dich stellst. Soll ich ihn anhitten? Ja, ich hab hallo gesagt, er kam nicht zurück, Achtung. Und? Ich weiß leider nicht, ob ich getroffen hab. Achtung, komm raus. Ich weiß. Steck dich, wenn's geht. Er wollte mich anhitten. Hinterm gelben. Ich weiß halt nicht, wohin die Mc10 schießt, ne? Oh, die ist echt scheiße eigentlich. Nice. Super cool, dass ich die hab. Danke, Bro, dass du mir die gegeben hast. Besser als nichts, oder? Wo bist du? Da. Komm mal schnell hier rüber. Ne. Aber wohl doch, hast recht. Ja, eigentlich wär das schon nicht schlecht, ne? Deckungsmäßig. Erklettert über den Zaun. Nice, ein Hit. Ja, das war's aber auch. Der Hit bringt mir genau gar nichts. Zerberstet. Ja? Ja. Nice, Mann, perfekt. Sorry, Mann, wieso redest du denn nicht? Achso. Gönn, da ist ein MP5-Tekladen. Ich wusste es, Mann. Irgendeine Ahnung, wo der jetzt ist. Oh, hast mich erschreckt, Junge. Ne. Ne, doch ein bisschen. Zwei Häuser vor mir quasi. Ich geb dir erstmal Staff. Richtung Selene oder Richtung Küste? Richtung... Keins von beiden. Richtung... ...Alles in das Westen? Ich hab'n Plan aber schon. Wie wär's? Ich geb dir den Staff hier. Ich hab' eh ein Leben nur, Mann. Keine Ahnung. Dann pushe ich hin. Mit sieben Schuss. Hast du hier noch irgendwas schießbares? Ne, leider nicht. Und du gehst vielleicht... Ah, ich hab' ihn gesehen links irgendwo. Hinter dem roten. Und du gehst vielleicht die Leiche mal looten und einfach eine Waffe grabben. Meinst du, das bekommen wir hin? Weiß nicht. Sollen wir den Staff dann erstmal hier lassen? Ja, okay. Wäre eigentlich schon besser. Und willst du die Waffe haben? Ich bin echt... ...low life, ne? Da hinten... Er kommt als Bambi. Das Bambi kommt. Wenn, dann müssen wir jetzt hin. Und das Bambi killen. Ja, scheiße, ey. Fuck. Let's go. Das bringt nichts. Killing, killing. Der liegt da im Wald. Ach, wahrscheinlich im Wald, oder? Er schießt nicht. Einmal angehittet. Nice. Hat zwei Hits. Ich bin dead. Shit. Ob der noch... Hat der auf dich geschossen? Ja, hat er. Hier liegt auf jeden Fall ein Bambi. Ich weiß nicht, ob du ihn hast. Warte mal, du liegst hier? Okay, er ist dead, er ist dead. Oder er ist bewusstlos. Das weiß ich nicht. Okay, jetzt ist er dead. Hab ihn gekillt. Sehr schön. Nice. Ich versuche irgendwie zurückzukommen zu deinem Staff. Wahrscheinlich deinem, oder? Und der andere muss ja irgendwo noch rumhängen. Ja. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Ich komm wieder gleich da. Aber vielleicht haben die auch gar nicht zueinander gehört, weißt du? Schwierig. Also der Full-Equip hat auch einen Hit, ne? By the way. Also, du bist auch nicht full. Okay. Ja gut, aber ich hab hier nichts, womit ich was anfangen kann. Ich kann nicht schießen. Aber nice, der Baumaschine war wahrscheinlich echt so der ausschlaggebende Schaden. Liegt an der Leiche auch noch irgendwas Besonderes? An meiner nicht, nein. Nur die Waffe. Okay, ich geh mal ins grüne Haus. Okay, ich bin wieder da, Bro. Okay, willst du direkt den Typen looten gehen? Ja, ich versuch's. Also, kleines Update hier für mich nochmal. Also, anscheinend ist mein Gegner auch umgefallen. Und Daniel hat ihn dann gefinished quasi, ne? Mit der Baumaschine. Mit der Baumaschine vorher angehittet und gefinished. Und da würde ich mal sagen... Sehr schön, Mann. Und der Zweite hat sich jetzt nicht mehr blicken lassen, ne? Der volle Krypto. Der hat sich nicht mehr blicken lassen. Willst du mal schnell zu dem Stuff auf der Straße gehen? Ja, ich versuch's. Ich hab die Baumaschine schon am Start hier, natürlich. Ich hab jetzt gerade unseren vorherigen Stuff noch auf dem Rücken. Ja, am besten wir verstecken das erstmal, ne? Bevor sich das hier... Ja, verstecken ist leichter gesagt als getan. Ich mein... Also, ich bin jetzt da. Ich geh jetzt mal zu... Ich fühl mich hier echt ziemlich beobachtet. Ja, ich geh mal zu einem Leiche. Vielleicht find ich eine Waffe und dann... Ah, vielleicht irgendwas machen, ne? Hier zum Beispiel. Okay, der hat... Five-Seven. Leer. Okay, deine Leiche ist leer. Och, der hat nichts dabei. Die Leiche von dem anderen ist auch leer. Ich nehm dir mal noch mal ganz fix hier die ein oder andere Weste mit. Von wo? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Das ist nicht so ein geiles Haus hier. Ich versuch mal rumzulaufen und versuch zu unserem Stuff zu kommen. Irgendwo von links, ne? Von... Was meinst du mit links? Westen. Ah, ich seh den am schwarzen Haus ganz hinten rechts. Also, was heißt rechts? Süden im Süden. Ja, okay, dann weiß ich, wo du meinst. Ich versuch mal zum Stuff zu kommen. Ich hab hier jetzt gerade noch mal so eine KAC aufgenommen. Ich weiß nicht, ob da ein Mag bei war. Ich versuch mal den Leiche zu schneiden. Bei unserem Stuff. Ich hoffe mal... Okay, Bro, ich hab ne Mag 10. Ah, okay. Sind da noch Schuss drin? Vier Schuss, ja. Was kommt da rein? Scheiße. Neun Millimeter. Besser als nichts, ne? Ja, naja. Neun Millimeter sind wir ein bisschen kurz dran. Ich pack dir alles hin. Wie? Du packst mir alles hin? Ja. Ich zerschneid noch mal die zweite... Ich zerschneid noch mal die zweite Leiche, okay? Weil der hat vielleicht nur ne Waffe. Wait. Braummaschine? Du bist lustig. Das ist lustig anzusehen. Das ist überhaupt nicht lustig. Der pusht hinter dir... Ne, warte mal. Da kommt ein Bambi mit ner Braummaschine. Bin da. Ja, wo ist er? Äh, du läufst jetzt auf ihn zu? Er hat daneben geschlagen. Shit. Er will sein Stuff wieder, ne? Ja, wahrscheinlich. Er rennt zur Leiche. Er rennt irgendwo hin. Ja. Pass auf, nicht, dass er uns jetzt in den Falle lockt. Er rennt Richtung Mate, ne? Wirklich. Was bist du? Hat zwei Hits. Hat noch Hits. Ist down, ist down, ist down. Nice, nice, nice. Sehr schön. Gutes Teamwork. Ein Schuss, ein Schuss ist... Von wo? One shot dead von hinten irgendwo. Keine Ahnung. Ich würde gerne sehen, ne? Scheiße. Ich hau erst mal ab. Ah ja, shit. Ich hab ihn gesehen. Aber ich hab noch einen Schuss in dieser Waffe. Oh mein Gott. Shit. Ich versuch ein bisschen Abstand zu gewinnen hier. Ja, mach das, Alter. Okay, aber immerhin hat er gesehen, ich hab ne Waffe. Und er hat mich vorhin auch schießen hören. Von daher kann's natürlich sein, dass er sich jetzt auch ein bisschen zurücknimmt. Und Angst vor ihm im Grunde gar nichts hat. Och Mann, ey. Wieso haben wir immer so schlechte Waffen? Ich weiß es auch nicht. Naja, weil wir hier den Trailer nicht so benutzen, ne? Und wir keine Base haben. Ach so. Daran könnte's liegen, oder? Ja, daran liegt's wahrscheinlich auch. Sehr wahrscheinlich, ja. Okay, also ich beobachte jetzt mal die alte Leiche da auf der Straße, die du vorhin auch gelootet hast. Nicht, dass es da noch irgendwas wäre, was er holen könnte, aber vielleicht zeigt er sich da irgendwo nochmal. Ah, ich hab ihn gesehen am Roten Haus. Da hat er ganz kurz vorgeloogt. Hallo? Keine Reaktion? Ja. Wie bei mir. Aber vielleicht hört er mich auch nicht. Vielleicht ist er ein bisschen zu weit weg. Vielleicht antwortet er auch und ich höre ihn nicht. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr an das Gute-Menschen glauben. Nein, das ist vorbei. Ja. Was das Gute-Menschen angeht, kann ich jedem nur raten, Erwartungen ganz niedrig halten. Ganz niedrig. Oh, scheiße. Ist natürlich eine Enttäuschung hier vorprogrammiert. Wir haben ein kleines Problem, Mann. Was ist das? Da kommt gleich ein neuer Vollequipter zu dir. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Der ist ein bisschen am humpeln. Vielleicht können wir mit dem Kontakt aufnehmen. Ah, warte, warte. Da rennt irgendjemand die Straße rauf. Hast du den gesehen? Ne, er ist Vollequip vor mir mit einer Waffe in der Hand. Okay, dann schätze ich mal, ist das Bami von vorhin wieder da? 300 Meter. Ich bin am Kirchengelände. Ich versuche mal mit dem anderen Kontakt aufzunehmen. Ja. Ist er zwischen uns? Ja. Ja, geil, aber ich komme mit einer Verstärkung. Er hat mir eine Waffe gegeben. Steffen ist satt. Steffen, alles klar. Den haben wir das ein oder andere Mal schon im Chat gelesen. Weiß er, dass ich hier stehe? Sag ich gerade. Sag ihm mal Bescheid, bitte. Jo, wir sind da. Moin, Steffen. Servus. Hast du zufällig noch 9mm Munition? Ne, leider gerade nicht. Ich habe nur 45er APK. Shit. Da gehe ich jetzt hier mit einem Schuss in den Kampf. Also wir waren hier gegenüber auf der Straßenseite. Da habe ich es das letzte Mal gesehen, aber das ist schon ein paar Minuten her. Soll ich jemanden eine Gruppe einladen, sicherheitshalber? Ja, mach mal. Ja, da. Aber ganz fix. Gut, natürlich jetzt hier neuerdings alphabetisch geordnet. Das macht das ein oder andere natürlich leichter. Wir haben dich mal geedit. Guck mal ein. Ja. Steffen mit zwei. Steffen. Ja, da sind ja auch fünf andere Steffen hier auf dem Server. Jo, let's go. Irgendwo, ne? Okay, Steffen hat gerade geleckt. Steffen leckt schon wieder. Gleich ist noch da, nicht zerschnitten. Alleleichen sind noch da, nicht zerschnitten. Fliegen. Ja. Hinten ist nichts. Ist der noch bei mir, ja. Ja, wir sind noch hier. Okay, okay. Oh mein Gott, Alter. Sehr, sehr schwierig. Vielleicht Double Green? Warst du schon oben? Ne, noch nicht. Aber es ist offen. Ich glaube, da ist keiner. Ja, ist safe, ist safe, ist safe hier. Ja. Ich bin voll angespannt, du bist da schon wieder. Ja, ich muss da gucken irgendwie. Ich habe nur einen einzigen Schuss in dieser Mac-10. Okay, in der Mac-11 ist das wahrscheinlich Mac-10, oder? War ja vorne hier am schwarzen Haus, ne? Ja, ruhig auch schon an der Hauptstraße. Sind die jetzt weg, oder was? Wirst du mich verarschen? Ich würde eher sagen, die sind weiter Richtung Seleno gegangen. Ja gut, weiß ich nicht. Sollen wir auch nochmal nach Seleno? Dann würde ich hier nochmal die letzten Stuff holen. Ja, aber ich würde sagen, wir nehmen ihn mit. Ja, na klar, nehmen wir ihn mit. Der hat bestimmt auch sonst nichts zu tun. Achso. Wenn er möchte. Ja, dann vielen Dank für die Hilfe, wenn du magst. Kannst du uns gerne noch begleiten nach Seleno, oder? Was hast du noch vor? Jo, klar, warum nicht? Ich habe überhaupt gar nichts vor. Ja, okay. Er hat gar nichts vor, nice. Immer noch eine Runde nach Seleno, oder? Auf jeden Fall. Abfahrt. 3, 2, 1. So, Leute. Liebe Leute, die beste Sektion des Videos steht uns natürlich noch bevor. Möchtest du vielleicht direkt starten, Bro? Natürlich. Nice, perfekt. Und zwar habe ich hier einen Gag von Obo. Nice, perfekt. Und Obo schreibt hier, welches Konzert kostet 45 Cent? Das von 50 Cent? Ja, 50 Cent mit Nickelback als Vorgruppe. Oh mein Gott, Alter. Echt? Da habe ich die richtige Fährte. Richtiger Brain-Fuck. Ja, richtige Fährte. Ich bin gut geworden in den Gags, ne? Ja, aber, Digga, Musikgruppe. Weißt du, wenn du so das hörst, so ein Konzert, Cent, hm? Ja gut, das ist jetzt der Weg zu 50 Cent nicht weit, ne? Schon auch wieder. Ich natürlich auch. Vielen Dank für deine 2 Cent. Achso, ja. Hashtagag. Ich möchte gerne Millionär sein, so wie mein Vater. Wow. Dein Vater ist Millionär? Nein. Nein, aber er möchte es gerne. Na, na, na? Na, ist gut, ne? Ist gut, ne? C-Rings 81, Mann. Danke für diesen nicen Gag. Warte mal, jetzt mal ohne Quatsch. Kannst du dich nochmal vorlesen? Ne, warum? Das ist ein Klassiker. Ja, er möchte auch Millionär werden wie sein Vater. Ah, weil der Vater nicht Millionär ist, sondern es auch nur werden will. Ja, genau, Alter. Oh mein Gott. Wer hat ihn gecheckt? Schreibt doch mal in die Kommentarsektion. Steffen, Grüße gehen raus, by the way, für deine Ehrenaktion hier. Also wer hat ihn gecheckt, bevor ich den jetzt erklärt habe, ne? Das ist natürlich wichtig. Danach ist es natürlich ein bisschen einfacher. Wir sind übrigens hier in Seleno angekommen. Grüße gehen raus hier an Ogo, Steffen und wer war das nochmal? Welcher Ogo? Ogo, mein Gag. Achso, natürlich. Z-Rings 81. Nice. So, dann gucken wir mal hier, was im Prison los ist. Unser, ja, fast Stammgebäude kann man sagen. Es tut mir leid, aber ich muss was essen hier. Wir müssen hier jetzt ein bisschen protecten, die nächsten, weiß ich nicht, vielleicht 10 Sekunden, die ich mir die Peaches reindrücke. Klar. Nice. Das Stammgebäude hier natürlich, weil auf dem Server leider nur ein Seleno. Oh, diga, diga. Walter von Frauenknast ist auch auf dem Server, ne? Lothar, was geht. Walter von Frauenknast, natürlich hinter geht dann, wer es geguckt hat. Eins in den Chat. Also, schreibt es mal in die Kommentare natürlich mit eurer Lieblingsepisode oder eurem Lieblingscharakter. Wie zum Beispiel. Walter. Walter. Baumann. Baumann, Alter, oh mein Gott. Ähm, Jutta. Oh Gott. Das gibt natürlich auch noch andere Charaktere. Was ist los? Das ist viel zu warm, liebe Leute. Oh mein Gott. Wir mögen den Sommer nicht so sehr, denn wir kleben schon wieder am Stuhl. Ey, das tun wir wirklich, ne? Oh, hier ist eine HK mit ein bisschen Muni. Kann ja alles gebrauchen in diesen Tagen. Ja, nice, oder? Ja, nice, oder? Dann würde ich sagen, warten wir noch ganz kurz. Perfekt. Geil. Ja, da ist jemand in der Baracke hinten. Welcher Baracke? Da ist ein Bombier in der Baracke. Das ist ein equipped, ja, der kommt zu uns. Stimmt, der ist fast equipped. Was sollen wir machen? Warten, bis er reinkommt, oder? Einfach so, als wären wir nicht drin. Und dann, hee, hee. So erschrecken, wie den letzten, ne? Dann sticht er dich wieder ab. Ich mach noch so richtig, buh. Da kommt safe rein, oder? Ja, glaub ich auch. Silent Hounds jetzt gehört, irgendwie. Ja, er kommt. Ein doof, Kollege. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut hier. Komm doch mal rein. Kommen sie rein, kommen sie rein. Wir sind friendly. Kommen sie rein. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Der ist ein bisschen gut gelaunt dafür, dass wir ihn jetzt eigentlich überfallen wollen, Optik-Army. Hast du dich denkstens erschreckt? Ja, komplett leer, das weiß man nicht so genau. Mega erschreckt, Leute. Ja, krass, oder? Das haben wir richtig übel eingefädelt, glaub ich. Einen Real-Talk, oder? Jetzt, oder was? Ne, wirklich, ohne Scheiß. Krass. Oh, geil. Nur gesehen, hier liegt ein Zombie drin, bin hier reingelaufen und dann, ja. Mit euch hab ich natürlich nicht gerechnet. Boah, das freut mich nicht. Ne, mit dir haben wir auch nicht gerechnet. Und bist du der Einzige hier? Ich glaub, da hinten war noch jemand in der Baracke gerade. Kann sein. Weiß ich nicht. Irgendwer, ich glaub, da hatte jemand ein Zombie-Aggro. Und das war's nicht du? Ich hatte grad ein Zombie-Aggro mit so einem roten Zombie, den hab ich aber da eingesperrt. Ah, okay, dann war's das doch du. Okay, 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 nice. Sehr smart, von dir ein Zombie einzusperren. Sollen wir zusammen killen? Drei, zwei, achso. Na, Quatsch. Hier machen wir nicht, ne? Ja, wir setzen hier natürlich nochmal als Abschluss ein gutes Zeichen hier auf dem Server. Ja, wir warten eigentlich auf... Auf mich. Warum kommt mir deine Stimme so verdammt weg? Oh, scheiße Entdeckung, Mann. Ja, weil's natürlich in unserer Nähe immer nur Stress gibt. Oh, das sind bestimmt mehrere Parteien, oder? Ja, das ging grad ein Nate in die Luft. Ja, das würd ich auch sagen. Militärische Aktion hier wieder. Ah, ich glaub, ist weit weg, ne? Naja, die Nate? Würde ich jetzt so nicht sagen. Geht's dir gut, Mann? Brauchst du irgendwas? Hat's dich erwischt? Nee, mich hat's nicht erwischt. Okay, gut. Wie ist eigentlich dein Name? Optik. Optik? Optik. Ja. Jo, Optik? Ja, hier oben. Nice. Wir würden uns jetzt mal verabschieden. Also wir gehen jetzt gleich auch offline. Oh, wünsch euch viel Spaß noch. Wir gehen nochmal in die Stadt hier und loggen dann da irgendwo aus. Klar, kannst du dich eigentlich verteidigen? Ja, im Moment nicht. Oh. Würde ich dir sagen, schenke ich dir die MP5 hier, ne? Und hier einen Honey Badger kriegst du auch noch. Ja, zwei Waffen, siehst du. Weil du friendly warst und es versucht hast, wenigstens mit uns zu reden. Und noch einen Mac dazu, natürlich. Ist das dein Geschenk jetzt? Vielen Dank, cool, danke. Na, wir müssen einfach ein Zeichen setzen, dass sich friendly hier wieder lohnt, würde ich sagen. Ja, na. Auf jeden Fall. Na, da musst du es ja machen, ne? Auf jeden. Und damit würde ich sagen, hau rein und bis dann mal wieder. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Later. Ja, geile Aktion, Alter. Achso, auf jeden Fall doch nochmal den ein oder anderen friendly Player getroffen hier auf Warmaschine. Bevor wir doch mal vielleicht wahrscheinlich den Server mal wieder wechseln. Heißt, falls ihr da Empfehlungen habt, natürlich gerne in die Kommentare. In die Sektion natürlich geil, Leute. In die Kommentarsektion. By the way, ausgelockt. Leider weg. Oder Steffen, ja. Ja, genau. Ich glaube, als wir hier nach Seleno geraten, ich glaube, dem haben die Gags nicht so gefallen. Hey, Ragequit. Von daher, falls ihr da vielleicht bessere habt, dass unsere Mates nicht immer direkt Ragequitten, schreibt auch die natürlich gern in die Kommentarsektion. Klar, natürlich family friendly, bitte, denn wir haben ein Content für alle natürlich am Start. Für die ganze Familie hier, auch natürlich hier für die unter 12-Jährigen, das ist ganz klar, für die ist Daisy natürlich gemacht. Natürlich. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Sonntag, oder? Wenn es wieder heiß hier, willkommen zu Daisy 19 Uhr auf Trumps, achso, das wissen wir noch nicht. Oh, so, achso, das ist nice. Die Hoffnung auf den Bohrmaschinen-Server ist also noch nicht völlig verloren, so der ein oder andere ist da schon noch friendly. Aber gut, um mal ein bisschen Abwechslung wieder reinzubringen, werden wir einen unserer Klassiker-Server wieder besuchen, hier bei Daisy 19 Uhr. Was euch da erwartet, da habe ich schon mal zwei Videos hier verlinkt. Und mit dem neuen Content geht es dann weiter, nächsten Sonntag, 19 Uhr. Bis dahin. Bis dahin.